Willkommen. Ich hör nix wenn alle durcheinander schätzen. Ich nicht. Was haben wir euch da? Ja das haben wir ja schon alle. Ja dann bleibt einfach da stehen ich komm in den Sound aber. Hier her. Hier müsst ihr hin. Hier. Null. Hier. Ups. Ja. Na ich bin eh tot. Okay. Ich kann da nicht stehen. Ich kann da stehen. Sei froh dass ich fast gesperrt bin sonst hättest du sie jetzt so kassiert. Wenn du dich hättest du nicht in Luft. Oh das wacker dich gegen dich. Ich will nicht sagen aber die Nummer 8. Nein Leute. Macht. Da. Die Leute benötigt. Hey Leute. Es ist stark. Warte ich will mit. Hier kann sich direkt aus. Achso. Da drüben sind Brawler. Natürlich. Versuch's ja. Aber der steht in der Brücke. Und in die Brücke reinschießen mit der Bulldog ist aber nicht so easy. Ja bald durch die Doppelfury. Ja bald durch die Doppelfury. Der kann man auch nicht so über die Brücke reinschießen. Aber besser. Ah nicht unbedingt. Hm. So Leute da raus. Zum Abgrund. Ich kümmere mich um den Rest. Auf geht's. So jetzt hat der Tag das. Komm schon. Ich kümmere mich um den Rest. Tschüss. Tschüss. Oder du bist mir noch. Geh mir nach vorne. Okay wir dürfen. Abgrund. Aber ich brauche äh Inchi. Abgrund. Zum Bestimmts Ingenieur. Präsente nach unten hier. Ist ja eben. Du musst halt ein bisschen. Du musst halt ein bisschen. Ja Gott. Psch. Edelstyler der hat gemeint. Du sollst dich nicht deployen. Weil er hat ein Einsatzschild. Juckt mich nicht. Eben. Woll grad sein. Da kann mir sind Ohre. Also was will der denn? Ja ich bin Ingenieur. Warte doch. Ja. Man kann auch auf Teamplay scheißen. Während eines Teamplay Events. Wir haben unser Team. Und das Team played. Psch. Los den A-Punkt. Wollte Barrikadenpanz rum. Das ist recht. Der A-Punkt ist ganz unten. Da müsst ihr zum Sandra. Von Edelstyler. Ich weiß. Ich weiß. Und da wo der steht ist der A-Punkt. Ich weiß. Ich weiß. Schön dass du es weißt. Aber andere wussten es nicht. Ich weiß es nicht. Wo ist es? Unten. Einfach wo. Ganz unten. Du musst einfach so weit runter wie möglich. Einfach zu Edelstyler Sunray. Zu den Gelben auf der Map. Und da geht es in so ein Tor ganz unten rein. Wo ist sogar ein Schild hier Leute? Oh da ist ein Weg. Nicht weiter als zu der Brücke auf dem Platonweg. Okay. Also. Geld da nicht weiter. Nur nach Hause. Ich bin unten bei Algo. Biest. Ich weiß ja warum ja ein bisschen länger. Gut. Ja nicht mehr hinterher. Wie gesagt. Ich bin jetzt der Grad. Dafür weiss. Ja das halte ich noch ein paar mal aus. Hey. leute leute so ist das bei unserem taktischen training deswegen sind unsere event immer so bombastisch gut das war kein sarkasmus ist echt und es ist also das event am sonntag gemacht habt ich habe mir die ding angeguckt das war richtig geil ich habe ich da was zu tun hallo mal größtem hebe ich mir auf die brauchte später das erste lachen habt ihr das reiler hast du auch meinem deutschland gekommen würde ich habe menschen auch willkommen ich höre nichts wenn alle durchnacht wird wird noch nicht die nummer fünf finde ich gut er macht einen guten job Den nehm ich am Sonntag auch. Fauna. Och, Biest denn, ja. Ich? Biest nicht, Biest ist raus, also Biest braucht's nicht, nö. Passiert dann sowas. Aber sowas hat er denn gemacht? Komm her, du musst das. Jetzt ist es weg. Ja, jetzt hab ich noch. Das kann ich wieder hinbauen, einen Moment. Futur hinter uns, hinter uns. Äh, da war einer. Ja, oh, das passt schon. Ich will gucken, was die da machen. Alter. Hau noch ein Moneypack drauf, so wie ich jetzt. Oder drunter. Leute, also das gibt online, das sind tausende von Zuschauern. Tausende. Ey, was war das? Ich glaub, da muss man überlachen, jetzt kann ich zuschauen. Ey, Futur, komm zurück, ich reparier dich. Ich brauch Punkte. Ja, ich brauch Leben. Foto, lass mich mal an die Tür. Ja, eben, lass mich mal an die Tür. Leute, für den Max einhalten. Futur, weißt du, wie man den Max-Busch abstopft? Ja, ist irgendwann fertig. Nein, hochdrucken und schlagen. Nice, Vorna, Gratulation. Das wird wieder so gut. 3, 2, 1 und er springt. Also... Vorna, du bist doch grad ein Level abgewonnen, oder? Oh, ja. Ey! Glückwunsch. Oh, ich werd... Ich werd... Warte, wie viel Expeer brauch ich nur noch? 13.000. Ich brauch noch 100.000 bis zum nächsten Level. Level 63... 62. Damit, ähm, jetzt noch 13.000 und bin ich Level 70. So, sag mal, und jetzt, Edelstiler, kommst du vor? Hm. Oh, da kommt noch einer, Vorsicht! Oh, den und Sandy, hierher noch ein Sandy. Direkt bei mir. Ey, Uwe. Na, was ist so gut, ey. Wir haben richtig harte... Skills. Genau, wollte ich auch sagen. Oh, nee, ich bin tot, ey. Alter. Ey, wie hält dieser Sandy? Ey, ich hab so das jetzt. Ey, ich hab so das jetzt. Bies oder da schlagen! Meine Bies drauf, Leute. Ja, da ist noch einer oben. Einer rennt noch in der Base-Rum. Bitte mal da hinter euch. Ich hab' ihn. Das war der Schlager. Mit der Bullse. Das auch einer. Ja, da hat noch einer. Ich hab' ihn auch gesagt. Ich hab' schon A. Und flicken unser Panzer-Türmer. Die hätten auch unser Panzer-Dings. Jetzt hecken sie's nicht mehr. Ja. Und wir haben aber A verloren. Ach. Egal, das sind random. So, Dark Metallic. Dark Metallic Block geht zurück. Der Rest kommt mit mir mit. Immer schön wieder aus. Ich geh' immer hinter dir her. Ja, das finde ich gut. Das kannst du weiterhin machen. Geht dann halt nicht. Warum schießen sich alle randoms dingsseitig ab hier? Ist halt irgendein Problem mit den NCs. Alter! Was los? GALAXY, GALAXY TOR. GALAXY TOR. GALAXY TOR. GALAXY TOR. GALAXY TOR. Über das. Über das, wo man grad war. Hab' den Namen vergessen. I'm around. Ja, ich bin unsichtbar. Ja, wo kommt der hier? Legend of the code. Vielleicht ist er aus der galaxy getrocknet. Ich hab' so jetzt einen block, dass ich nicht mehr Platzwechsel fragen darf. Raus Leute, raus Leute. Super, wo ist gut? Auf der Treppe oben. Das hat grad auch geklappt. Bist du hinter mir? Ich repariere dich! Ich pushe zu A rein. Bleib mal hinter mir. Alter, wie bin ich doch die Farbe rüber? Ja, aber das schaffst du nicht mehr. Wo steht diese galaxy da? Da hinten, ne? Ich steht am Boden. Ja, gut. Wir haben A. Ja, warte mal. Ich weiß, wie ich komm. Ach ja, so nicht. So nicht. Die galaxy ist dahinter A. Wie ist liegen bleiben? Ah, schießen wir mal die galaxy ab. Bin ja schon dabei. Alles drauf! Ich ist weg. Ich hab' den Schuss drauf gefüllt sie. Ja, und ich hab' nur so'n scheiß Assist, nachdem ich wieder vier Magazine draufgekriegt hab' oder so. Ja, okay. Rein, Leute. So wie halt beim Sanderer auch. Jetzt steile Halt! Ich werd' punkten. Das wird wieder so gut sein. Edelseiler, kann's mal kurz wächst bitte rausnehmen. Das sind halt gar nicht. Das war hammerhart. Du 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 du. S. in der Partybus. Das wollen wir nicht sehen im Dunkeln. Wenn gehst du nicht walten oder was? FUTUR, soll ich nochmal das Nano Rüstung Satz 2 aufwerten, dass ich dich länger halten. Das passt schon, wir sind ja genügend heute. Aber auf die Zukunft deswegen ist es nicht passiert. Das ist so leicht, wir haben volle Flaggwanzerung. Hinter uns, hinter uns, hinter uns. Das ist gefährlicher. Ja, er ist ein. Er ist nicht gefährlich. Er ist nicht gefährlich, ich dachte das ist so ein One Clipper. Ja, da fahren wir nicht hinterher. Ja, fahr vor zur Base, brauche Punkte. So, da links ist jetzt ein Infanterist, da links, Süden, da, da. Ja geil, ich klicke euch aber auf gar keine Key. Nein, ich höre raus. Das wird wieder so gut wie neu sein. Das wird heute alles KS, ich geb wie in dem Hit, du Kills. So rein, 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 rein. Ja. Alter, das macht voll Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.